Was schauen wir heute eigentlich? Die Doku geht über den Holocaust. Sie soll sehr interessant sein. Oh nee, damit haben wir doch gar nichts zu tun. Das ist doch auch schon voll lange her. Ich finde, man könnte das Thema Milch echt mal hinter sich lassen. Können wir nicht was anderes schauen? Das Thema ist immer noch super wichtig. Der schuldabwehrende Antisemitismus zeigt den Wunsch danach, nichts damit zu tun haben zu wollen. Menschen wollen die Verantwortung für Verbrechen wie den Holocaust abgeben. Du siehst, es ist sehr wichtig, etwas gegen Antisemitismus zu tun. Deshalb engagiere dich und mach beim SchülerInnen-Wettbewerb Antisemitismus-Nein-Danke mit. Es gibt viele Preise zu gewinnen und wir freuen uns auf dich. Mehr Infos über das Projekt Antisemitismus-Nein-Danke findet ihr hier. Ich mach mit. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Wir machen mit. Wir machen mit. G manten. Ich sch PasstAAAAAAAAiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii quality. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018